Wollen Sie fortfahren? Pillar of Autumn entdeckt Blutsväter Halo Installation 04 und setzt Spartan 117 zum Schutz von UNSC KI Cortana ein. Der Chief enttaunt den Plan der Allianz zum Abfeuern der Waffe und opfert die Autumn, um den Halo Ring zu zerstören. Spartan 117 verfolgt das Allianz Flaggschiff nach einem Angriff auf die Erde, erreicht die Halo Installation 05 und findet sich mitten in einem Bürgerkrieg der Allianz wieder. 117 verhindert die Zündung des Rings und folgt der Allianz zurück zur Erde. Die Allianz öffnet ein Portal zur Arche, einer Blutsväter Einrichtung, die alle Halos der Galaxie aktivieren kann. Spartan 117 verfolgt die Allianz zur Arche, zerstört diese und verhindert so die Zündung der Ringe. Als Spartan 117 versucht an Bord der UNSC Forward Unto Dawn von der Arche zu entkommen, zerfällt das Hyperraumportal, welches das Schiff gerade passiert. Im hinteren Teil der Dawn begibt sich Spartan 117 in den Kryoschlaf. Warte mich, wenn du mich brauchst. Warte mich, wenn du minutosul wärst.